Herzlich willkommen zur nächsten Folge Civilization VI. Herzlich willkommen zurück mit Eleonore. Und wir sind, glaube ich, mehr oder weniger in der finalen Phase des Spiels angekommen, würde ich sagen. Das heißt nicht, dass wir die nächsten zehn Runden gewonnen haben, aber wir bewegen uns stark auf das Endgame zu, so wie es in den Kommentaren auch von Oleg und Frank schon beschrieben worden ist. Und ich habe mich jetzt am Anfang der Folge nochmal ein bisschen mit Chartre, unserer neu gegründeten Stadt, beschäftigt. Und ja, wollte einfach mal gucken, wie sich das Ganze ausgibt. Und dann habe ich angefangen, hier diesen Heiligstädtebezirk einzuzeichnen und den ersten Nationalpark. Und dann habe ich gedacht, eigentlich können wir das jetzt auch mal im Stream machen. Also, Frank hat ja prognostiziert, dass wir hier noch fünf bis sechs Nationalparks sehen. Und da müssen wir mal gucken, wo Frank die denn gesehen hat. Also klar ist, wir können bis zum dritten Ring Nationalparks bauen. Klar ist auch, wir müssten ein paar von den Städten vielleicht aufgeben. Aber ich sehe zumindest hier schon eine ganze Menge Nationalparks. Also das muss man auf jeden Fall sagen. Und zwar, ich würde mal sagen, fünf Stück. Jetzt müssen wir mal gucken, ob sich das alles so hinhaut. Aber ich denke schon. Also, ich zeichne jetzt erstmal kurz und dann, um jetzt gleich auf das Spiel herzugehen, weiterzumachen. Hier mal die fünf möglichen Nationalparken, die ich sehe. Und zeichne immer mal die Enden ein. Also die oberen Kanten der Nationalparks. Das wäre sozusagen dann schon mal Nummer eins hier in diesem Viereck und Nummer zwei hier. Das ist vielleicht auch nochmal ein ganz gutes Tutorial für diejenigen, die mit Nationalparks immer so ihre Probleme haben und nicht genau wissen, wo sie bauen. Also, die Nationalparks müssen immer ein, bilden immer ein sogenanntes Karo, würde ich mal sagen. So eine Art, ja genau, so eine Raute könnte man auch beziehteln. Immer ein Feld im Norden, im Süden und dazwischen eben zwei Querfelder muss es sein. Es ist immer so angeordnet, es kann nicht anders gebaut sein. Und was ganz, ganz wichtig ist, wenn es mal nicht funktioniert, die müssen immer mindestens so hellgrün sein, die Felder. Das bedeutet, dass die Anziehungskraft bezaubernd ist und dann bedeutet das, dass die auch genug Anziehungskraft haben, um eben ein Nationalpark zu sein. So, das ist schon mal eine gute Sache. Und jetzt müssen wir mal gucken, wie wir hier klug fünf Stück hinbekommen. Also, hier ist einer auf jeden Fall, hier unten ist auch einer. Es muss immer mindestens ein Landfeld dazwischen sein. Hier unten sehe ich gleich mal den nächsten. Und das Schöne ist, hier können wir dann auch gleich nochmal ein bisschen nachhelfen, indem wir dann später nochmal ein paar Wälder pflanzen. Denn das ist zum Beispiel eine Sache, die funktioniert sehr, sehr gut bei Nationalparks. Das geht nämlich auch ganz, ganz unproblematisch so. So, dann müssen wir mal weitermachen. Also, wir haben hier einen, wir haben hier einen. So, jetzt müssen wir mal weitergehen und gucken. Hier sind zum Beispiel vier Gebirgsfelder. Das funktioniert dann zum Beispiel nicht. Aber jetzt müssen wir mal gucken, können wir irgendwo hier oben noch einen machen? Ja, vielleicht auf dieser Seite hier. Wenn ich das sehe, könnte das auf jeden Fall einer sein. Das ist dann Nummer vier. Ich muss mal gucken, ob wir dann noch einen hinbekommen. Das dürfte auf jeden Fall schon mal Nummer vier sein. Und das ist ja dann schon mal etwas, was uns auf jeden Fall schon weiterbringt. Also, das ist dann auf jeden Fall auch mal einer. Und jetzt ist die Frage, kriegen wir noch einen weiteren? Ich glaube, jetzt sieht es irgendwie doof aus. Also, vier Stück sehe ich jetzt hier erstmal. Ich weiß nicht, ob wir es vielleicht noch anders machen können. Aber ich glaube, das wäre es erstmal. Und dann wäre die Frage zu überlegen, wo können wir hier eventuell noch... Wir könnten natürlich andere Felder dazu bekommen. Wir können das Ganze auch noch ein bisschen ausdehnen. Ich glaube, cool wäre es gewesen, hätten wir hier unten zwei hinbekommen. Das kriegen wir aber irgendwie so nicht hin. Vielleicht mit der Möglichkeit... Nee, das wird auch nichts. Naja, aber vier Nationalparks sind schon mal gar nicht so schlecht. Und wir können ja auch noch woanders welche bauen. Also, ich sehe zum Beispiel hier unten in der Wüste sehe ich eventuell... In der Eiswüste sehe ich eventuell auch noch mal mindestens ein oder zwei. Hier zum Beispiel sehe ich noch ein. Hier könnte man auch noch ein machen. Also, wir werden auf jeden Fall noch eine ganze Menge Nationalparks gründen können. Und warum wir das Ganze machen, ist natürlich klar. Wir wollen natürlich viel Kultur-Tourismus erzeugen. Und das können wir sehr, sehr gut mit Nationalparks machen. Die National- oder die Naturforscher müssen mit Glauben gekauft werden. Und das heißt, wir brauchen eine ganze Menge Glauben. Die sind gar nicht mehr so günstig. Also, die kosten auch ein bisschen was. Und deswegen ist dieser Glaubens-Output, den wir haben, auch immens wichtig. Dass wir das jetzt so ein bisschen ansparen. So, des Weiteren. Nächstes Ziel. Ist es natürlich, jetzt die Stadtmauern hochzuziehen. Denn richtig gesagt ist, dass wir jetzt langsam wirtschaftlich in ein Zeitalter kommen. Wo wir irgendwann keine Stadtmauern mehr bauen können. Und das ist spätestens dann der Fall, wenn wir den Stahl erforscht haben. So, Stahl wird hier erforscht beim Eiffelturm. Und vorher müssen wir auf jeden Fall alle Mauern mit der Renaissance-Mauer gebaut haben. Die geben dann bis zum Spielende auch den Bonus. Aber wenn man sie vorher nicht gebaut hat, können wir sie ab da auch nicht mehr bauen. Dann ist das Thema durch. Klar, wichtig ist jetzt Luftfahrt. Später dann auch der Computer, der noch sehr interessant ist. Das ist dann irgendwo... Ich glaube, noch ein bisschen weiter. Komplierte Technologie ist, glaube ich, der Punkt. Gewährte die Fähigkeit einer aus Zwirnungsbild 25, der Tourismus in eurem Reich ist dann das nächste. Und der Eiffelturm gibt uns nochmal mehr Anziehungskraft für alle Geländefelder unserer Zivilisation. Ist auf jeden Fall ein sehr, sehr gutes Wunder, wenn man bezüglich Anziehungskraft was braucht. Beziehungsweise Nationalparks etwas braucht. Denn so höher die Anziehungskraft in dem Nationalpark ist, umso mehr ist auch der Output für Tourismus. So, also das dazu. Das Weitere haben wir weiterhin immer noch. Ganz, ganz viele leere Kunstmuseen hier, die wir noch auffüllen müssen. Und es ist tatsächlich so, wir sind die einzigen, die derzeit irgendwelche Kunstwerke haben. Ich habe, glaube ich, nochmal geguckt. Und ich glaube, wir haben es tatsächlich geschafft, alles von der KI irgendwie abzukaufen, was uns irgendwie fügbar ist. Wir haben hier ein Schriftstellerwerk noch bei Ramses. Aber, das ist ja egal, wir haben derzeit auch gar keine Plätze dafür. Zwei sind hier noch bei Ambiorix, aber wir haben derzeit, was das angeht, auch eigentlich keinen Bedarf. Aber zumindest Kunstwerke sind hier nirgendwo mehr im Umlauf. Hier ist nochmal so eine, oh, Skulpturen wurden hier vergeben. Aha. Oh, das ist sogar gar nicht sogar verkehrt. Donatello und Michelangelo. Aber haben wir die nicht eigentlich alle schon abgekauft? Anscheinend noch nicht, ne? Hm, sollten wir vielleicht nochmal machen. So, dann gab es noch zwei Sachen, Anmerkungen. Einmal müsste ich nochmal in die Regierungskarten gucken. Da wurde einmal von Frank kommentiert, dass man eventuell die Freskenkarte mit reinnehmen muss. Jetzt muss ich selbst mal sehen, welche Karte das ist. Das ist die hier. Zwei große Künstlerpunkte pro Runde. Zwei große Künstlerpunkte pro Runde für jedes Kunstmuseum. Ja, die ist gleich ganz interessant. Die müssen wir uns mal gucken, ob wir die irgendwann mal reinnehmen. Noch haben wir die Handwerkerkarte drin. Vielleicht eine Sache, die wir dann mal einnehmen können, wenn wir die andere Sache rausnehmen. Und dann wurde, glaube ich, nochmal kommentiert, eine grüne Karte, die wir nicht reingenommen haben. Und da wäre die Frage jetzt, welche das ist. Vielleicht die, ähm, könnte ich mich vorstellen, dass gemeint war, dass diese Geldkarte gemeint war. Oder vielleicht das hier. Ich weiß es nicht. Handelswege vielleicht. Irgendwas Grünes war auf jeden Fall der Punkt. Wobei wir in Brüssel doch eigentlich alles richtig gemacht hatten. Und da jetzt auch so zerrehen sind. Also da haben wir auch die zwei Gesandten bekommen. Ähm, ich weiß nicht, was da jetzt genau gemeint war mit der grünen Karte. Ähm, ja. Also, Oleg, das habe ich, glaube ich, auch unter die Kommentare geschrieben. Einfach nochmal kommentieren. Würde mich interessieren. Das habe ich irgendwie nicht mitgeschnitten. Das ist anscheinend ein bisschen untergegangen. Tut mir leid. So, wir machen weiter. Ganz, ganz vornehmlich. Das heißt, Ziel ist, und das haben wir ja schon angefangen, Stadtmauern weiterzubauen. Da überall, wo es geht, haben wir das jetzt angefangen, Mittelalter, Renaissancemauern und so weiterzubauen. Damit wir da schon mal den Tourismus bekommen. Und, äh, weiterhin an den Kunstmuseen und an den, ähm, an den großen Werkplätzen zu arbeiten. Wir haben ja derzeit eine ganze Menge an großen Werken. Ähm, letztendlich wäre es gut, wenn wir nochmal irgendwann hinkriegen, dass wir das alles so ein bisschen verteilt kriegen. Aber das geht im Moment nicht so einfach. Und wir müssen auch gucken, dass unser Goldoutput nicht zu sehr sinkt. Eine Sache wollte ich nochmal ausprobieren. Wir können ja mal, ähm, große Werke abgucken, aufkaufen. Im Moment will uns auch keiner was verkaufen, ne? Also ihr seht, im Moment will auch uns niemand irgendwas verkaufen. Wenn das mal wieder der Fall ist, dann, äh, gucke ich mal, dass wir vor allem mehr sofort kaufen machen. Sprich, weniger Gold pro Runde einsetzen, sondern mehr Gold, äh, sofort einsetzen. Das heißt, wir versuchen ein bisschen was zu sparen und das darüber dann zu machen. Ich glaube, das ist insgesamt dann ein bisschen, äh, sinnvoller. Ja, ja, das auf jeden Fall dazu. Und dann würde ich fast sagen, geht's erstmal munter weiter. Genau, ich glaube, Schriftstellerstücke werden uns deswegen nicht angeboten, also Schriftstücke werden uns deswegen nicht angeboten, weil wir sie derzeit einfach auch nicht ausstellen können. Ich könnte mir durchaus vorstellen, dass wenn wir einen weiteren Schriftsteller bekommen, dass wir dann auch wieder, ähm, dass wir dann auch wieder, äh, Schriftstücke kaufen können. Und das wäre, na gut, in einer Runde kriegen wir sowieso den nächsten Schriftsteller, dann ist das eh egal. Also von daher, wir kriegen auch im Moment eine ganze Menge an, an Sachen, ne? Gut, ähm, dann schauen wir mal. Was machen wir denn jetzt mit unseren ganzen Handwerkern und allen anderen Sachen, die wir so vorhaben? Wir hatten hier mal gesagt, einen, äh, eine Nazca-Linie zu bauen da oben. Das haben wir jetzt dazu bekommen, das Feld. Vielleicht, ähm, machen wir das sogar an der Stelle. Das gibt ja umliegend nochmal ganz schön viel Glauben. Ähm, das ist vielleicht tatsächlich eine Idee. Wir wollen ja grundsätzlich warten mit dem Zeitalterwechsel. Wir haben noch drei Runden bis dahin. Ähm, aber hier können wir doch eigentlich noch was machen dafür. Genau, wir wollten die Schildkröten noch machen. Aber pass auf, ich finde das jetzt mit den Nazca-Linien eigentlich gar nicht so verkehrt. Dann können wir das eigentlich auch mal nutzen. Und hier gucken wir uns einfach nochmal ein bisschen die Gegend an. Weltumsegelung ja schon längst gemacht. Alles andere war auch soweit in Ordnung. Und dann können wir, glaube ich, hier auch einfach in die nächste Runde gehen. Denn wir haben ja alle unsere Aufträge schon, unsere Handwerker. Von daher passt das. Die Anzahl der Menschen, die in eurem Reich leben, ist beachtlich. Ja, das ist nett gedacht. Vielen, vielen Dank. Das nehmen wir gerne mit auf, auf jeden Fall. Das stimmt aber tatsächlich. Wir haben eine ganze Menge Städte, wir hatten viel, viel Platz. Auch da fand ich es auch spannend. Wäre ich bei der Schöpfung anwesend gewesen, hätte ich ein paar nützliche Tipps für eine bessere Ordnung des Universums parat gehabt. Ich hatte am Anfang tatsächlich auch so ein bisschen Bedenken bei dem Spiel, weil es sehr, sehr langsam angelaufen ist. Aber ab einem bestimmten Punkt hat das richtig gekippt und dann hat das richtig gegriffen, so eine Maßnahme. Die andere, manchmal muss man einfach dranbleiben. Vielleicht auch nochmal ein bisschen Motivation für Spieler, die ihre Probleme haben mit Gottheit-Partien oder mit Partien so langsam die Motivation zu halten. Dann haltet an euren Zielen fest und zieht diese Ziele konsequent durch. Wir hatten auch schon die eine oder andere Partie, wo wir am Anfang unfassbar viel gerodelt haben, unfassbar viel modernisiert haben, wo man das Gefühl hatte, wir verbauen uns hier die ganze Partie. Aber nein, manchmal muss man auch sehr, sehr radikal spielen, um am Ende in so einen Flow zu kommen. Und das ist eine ähnliche Partie gewesen. Vielleicht nicht ganz so extrem, aber trotzdem irgendwie so einen radikalen Weg verfolgen, auf Ziele hinarbeiten und das wirklich durchziehen. Und dann kommt irgendwann der Punkt, wo die Partie kippt und es dann wie so ein Rausch ist, wo alles ineinander übergeht und dann so richtig im Flow gibt. Das macht dann wirklich am meisten Spaß. Manchmal dauert es halt ein bisschen länger, da hinzukommen. Wenn ihr euch erinnert an den ersten Versuch mit Frankreich, wo wir gescheitert sind gegen die Spanier. Das war eine Partie, auf die dich unfassbar viel Bock hat. Von Runde 1. Die Ausgangsposition war krass. Wir hatten viele nahe Civs und wir hatten richtig coole Geländefelder. Das hatte, vor meinem geistigen Auge, war unsere Hauptstadt schon gefüllt mit Wundern und Wissenschaften. Und das wäre eine super coole Partie gewesen. Deswegen wollte ich diesen Seed auch noch mal unbedingt nachspielen. Aber da war so wirklich so ein Punkt, wo wir sagten, ja, von Anfang habe ich dann den Flow. Das kriegt man manchmal nicht unbedingt. Deswegen, also da nicht verzagen, sondern einfach durchziehen. So, also wir haben Naturforscher, nein, wir haben die Naturgeschichte abgeschlossen, aber noch nicht Naturforscher, oder? Das ist ein Unterschied. Ne, doch, wir haben die möglichen Archäologen, aber noch nicht den Naturschutz. Das ist das, was wir jetzt als nächstes machen wollen. Wir wollen in Richtung Naturschutz gehen, damit wir 1.1 Gesandte bekommen, aber eben auch die Naturparks bauen können. Das ist sehr, sehr wichtig. Da wollen wir hinarbeiten als nächstes. Genau, jetzt würde ich tatsächlich hier nochmal so eine Nazca-Linie stellen. Und ihr seht, wir kriegen für die umliegenden Geländefelder nochmal eine ganze Menge an Glauben. Ne, das ist eine sehr, wobei das hier sogar ein bisschen, ne, bringt dann nichts unbedingt für das Geländefeld. Aber für die umliegenden Geländefelder nochmal eine ganze Menge mehr Glauben. Und das ist eine schöne Sache, die nehmen wir hier mal gerne mit. Wir können auf diesen flachen Geländefeldern eh nicht viel anderes bauen. Von daher ist das eine ganz nette, ganz nette Eigenschaft, ne. So, ja, hier hat man Feldern, ist schon echt Wahnsinn. Guck mal, hier ist auch nochmal eine Mine, die wir noch nicht gebaut haben. Schaut mal da. Ja, vielleicht sollten wir die auch nochmal bauen hier. Das hat noch gefehlt. Krass. Einer der krassesten Städte, die ich glaube ich je gehabt habe, Paris. Also was Produktion und Output angeht. Und das ganz ohne irgendwelche Buffs, noch ohne Industriebezirk oder sonstiges. Schon richtig, richtig krass. So, wir können Oliven kaufen. Das ist cool. Ich glaube, das machen wir sogar, ne. Die sind ja meistens sehr, sehr günstig. Und für die Annehmlichkeiten unserer Städte ist das ein Traum. Weil schaut mal, wie viele Städte wir haben. Wir brauchen unbedingt Annehmlichkeiten. Wir können darauf eigentlich nicht wirklich verzichten. So, was jetzt vielleicht noch interessanter ist, ist, wir haben wahrscheinlich jetzt eine ganze Menge an Salpeter aufgedeckt. Und die Frage ist natürlich, wo? So, einmal haben wir Salpeter da aufgedeckt. An einer Stelle, wo wir noch nichts gebaut haben. Sehe ich das richtig? Ich weiß gar nicht, wem das jetzt gehört. Wem gehört denn das Feld? Das gehört auch dieser Stadt. Jetzt könnte man fast überlegen, ob wir das mal... Ne, wir bewirtschaften das auch. Okay, da müssen wir dann ja auch eine Mine bauen. Können wir nicht. Da müssen wir erst was ausgraben, ne. Das geht also nicht. Das Feld ist dadurch ein bisschen geblockt. Aber okay. Aber da ist letztlich auch Salpeter. Also wäre es eigentlich ganz gut, wenn wir hier die Altertumstätte mal weggraben würden. Also wäre es vielleicht nicht schlecht, da nochmal das ein oder andere archäologische Museum zu bauen. Müssen wir daran denken, dass wir nicht nur auf Kunst gehen, sondern vielleicht demnächst auch nochmal ein archäologisches Museum raushauen. So, das haben wir an der nächsten Stelle Salpeter. Auch da ist eine archäologische Fundgrube, die wir ausgraben müssen. Witzig. Und auch an dieser Stelle... Warte mal. Nein. Ach, das sind Altertumstätten. Nicht Salpeter. Bist du dich bescheuert? Und ich denke die ganze Zeit. Nein, okay. Vergiss, was ich gesagt habe. Aber wir können halt auf diesen Feldern nichts machen. Wir müssen da erst Ausgrabung machen. Ich dachte, dass wir Salpeter haben. Aber haben wir das nicht auch? Auf dem Weg waren wir doch auch gerade. Deswegen war ich gerade so verwirrt. Weil ich dachte, wir haben jetzt die Salpeter entdeckt. Aber das ist noch gar nicht der Fall. Sorry. Also, nochmal rollo rückwärts. Wir haben Altertumstätten entdeckt. So, großen Schrifter. Jane Austen. Die nehmen wir natürlich in Empfang. Jetzt muss ich mal gucken. Theaterbezirk ist, glaube ich, der einzige gerade in Bordeaux im Bau. Das heißt, wir werden mal gucken, dass wir die auch da hinstellen einfach. Der ist nämlich da im Bau. Das passt ganz gut. Dann kann sie da gleich die Schriftwerke dann da veröffentlichen. Und wir gönnen uns einen weiteren Zeitalterpunkt. Ja, den müssen wir uns leider jetzt... Das lässt sich ja da jetzt nicht ändern. Das müssen wir jetzt leider ein bisschen annehmen. Aber ist ja auch nicht ganz so dramatisch, ne? Okay. Wir machen weiter an den Mauern. Wir ziehen das jetzt erstmal durch. Gerade jetzt, wo wir noch die Karte drin haben, sollten wir das wirklich machen. Das kostet jetzt alles nicht viel Zeit, ne? Mittelalterleiche Mauern. Das geht alles super fix. Renaissance Mauern wäre jetzt auch nur sechs Runden. Das können wir eigentlich alles mal jetzt durchziehen. Guadwara wäre auch nicht schlecht. Aber den können wir vielleicht sogar mit Glauben kaufen. Würde bei der Stadt eigentlich ganz gut werden, weil wir dann mehr Wachstum haben. Ja, und komm, das leisten wir uns mal. Den leisten wir uns mal. Und dann bauen wir die Renaissance Mauern hier auch. Jetzt haben wir nämlich schon sieben Einwohner. Und dann wächst diese Stadt auch wieder ein bisschen mehr, ne? Wir hatten hier echt Probleme mit dem Wachstum. Aber jetzt sieht es schon wieder ganz eckig schöner aus. Und wir haben ja eigentlich noch ganz gute Felder, die wir bewirtschaften können, ne? Wir haben ja noch Minen. Minen, die wir setzen können. Und das sollten wir dann auch machen. Genau, hier sind wir, glaube ich, erst mal so weit durch. Dann können wir den, glaube ich, erst mal hier stehen lassen. Oder gibt es gerade noch irgendwie... Ne, hier hat jeder so seinen eigenen Handwerker, jede Stadt. Dann lassen wir die einfach erst mal in den Städten stehen. In Calais sehe ich jetzt auch erst mal keinen Bedarf. Dann lassen wir das erst mal alles so. Der hat noch eine Sache. Ja, da ist die Frage. Hier ist auf jeden Fall die heilige Städte. Und wir machen erst mal hier nichts weiter. Und lassen den erst mal hier stehen. Da können wir dann irgendwann noch Wald pflanzen. Der hat auch erst mal nichts zu tun. Der kann dann erst mal wieder hier runter. Und der kann auch erst mal wieder zurück. Ich denke, handwerkermäßig sind wir jetzt ganz gut bedient. Einen würde ich ganz gerne noch kaufen. Ich würde ganz gerne noch einen Handwerker hier hinstellen, in die Stadt. Da können wir sicherlich noch mal irgendeinen gebrauchen. Da hinten zum Beispiel brauchen wir auf jeden Fall noch was. Da können wir noch mal den Wald roden. Dann ist die Arena auch bald fertig. Und hier möchte ich, glaube ich, noch mal dahin zu dem Regenwald. Da auch noch mal ein Sägewerk hinstellen. Und ich glaube, wir können noch einen Handwerker kaufen, tatsächlich. Einer geht noch. Und dann wechseln wir tatsächlich mal die Handwerkerkarte tatsächlich, glaube ich, aus. Dann brauchen wir es nämlich, glaube ich, nicht mehr. So, jetzt ist die Frage. Was machen wir mit dem Missionar? Wir wollten mit dem tatsächlich noch ein bisschen auf Erkundungstur gehen. Weil ich wissen wollte, was wir hier oben noch so entdecken. Und da ist tatsächlich eine Stadt der Gaia. Und schaut mal, auch diese Stadt hier kriegt zumindest gerade Bevölkerungsdruck. Das heißt, wir sollten auf jeden Fall daran arbeiten, hier in den Städten noch mal unsere Werke auszuspielen. Das heißt, wir sollten versuchen, mal was nach Tervana zu stellen, um da zumindest ein bisschen Druck zu machen. Und den Tervana ist nämlich bis jetzt nur ein Kunstwerk. Und vielleicht haben wir die Möglichkeit, hier irgendwas hinzustellen. Warte mal, war das religiös von Michelangelo? Ja, ne? Perfekt. Das auf jeden Fall schon mal. Und wir bräuchten eigentlich noch ein anderes von Rubioff. Aber das können wir ja im Moment nicht bewegen. Zwei Runden erst. Ah, das ist alles so doof. Lyon war ja ein bisschen weiter weg, ne? Lyon war egal, oder? Ja, Lyon ist eigentlich nicht egal, dass der hier oben ist. Aber, oh, guck mal. Und selbst das rebelliert in 34 Runden. Jetzt knickt es aber ein. Ah, Mist, ich hätte das jetzt nicht... Warte mal, wir haben doch noch Skulpturen, die wir, glaube ich, wegschicken können, ne? Da, dann schicken wir erstmal die Kultur hier rein. Die Skulptur muss jetzt nicht in Ambois rennen. Das ist alles okay. Ambois ist, glaube ich, auch da oben. Aber Ambois ist eigentlich zu weit weg gerade von Lisiune. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Die hat keine Chance da drauf. La Rochelle auch nicht. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 auch nicht. Das heißt, eigentlich sind es nur die beiden Städte. Weil Ambois ist eigentlich raus aus der Verlosung. Interessant sind jetzt so Städte wie Lyon, Toulouse, Rennes und Tervana. Gut, also Ambois können wir das rausnehmen und damit halt hier Tervana zum Beispiel stärken. Denn Rennes, Toulouse ist auf jeden Fall auch was. Das passt so weit. Und dann müssen wir... Achso, Rennes ist noch nichts, ne? Ah doch, Rennes ist auch was. Toulouse ist Lyon, sind auch was. Also da an den richtigen Städten sind es jetzt auf jeden Fall schon mal. Rouen, La Rochelle, Ambois können wir erstmal weglassen. Das sind diese Städte hier, ne? Rouen, La Rochelle, Ambois sind die Städte, die eigentlich erstmal keinen Einfluss mehr haben. Und so können wir versuchen dann vielleicht nochmal Edessa zu bekommen. Und mit Abstrichen, na gut, Buffalo wird schwierig, aber wir arbeiten hier gerade sehr, sehr hart dran. Und wer weiß, was die dann für ein Zeitalter haben. Denn im Moment hat Ambioryx ein dunkles Zeitalter, alle anderen ein normales Zeitalter. Und wer weiß, ob nicht eventuell die Chance besteht, dass auch das nochmal kippt. Und wir dadurch nochmal ein bisschen Vorteile bekommen. So, Enornt ist der Hafen fertig. Dann bauen wir mal den Leuchtturm hinterher. Die können erstmal alle hier stehen bleiben. Das ist in Ordnung. Wir können glaube ich sogar schon Wälder pflanzen, aber noch ist es hier Quatsch, weil wir noch nicht die Felder im Besitz haben. Also brauchen wir das noch nicht an der Stelle. Wachstum ist halt echt gering, ne? Vielleicht lassen wir das bei der Stadt mit den Dings und bauen dann doch lieber die heilige Stadt. Ach, noch 89 Runden. Uff. Naja, pass auf, wir machen das noch so mit der Mauer. Noch dauert das relativ kurz. Ein Musikstück können wir nicht ausstellen, ne? Das ist durch. Da haben wir im Moment keine Chance. Genau, das passt soweit erstmal. Und hier können wir uns nochmal ein bisschen... Oh, oh, oh. Da ist ein Barbarensiedler. Ich weiß zwar nicht, was wir mit dem machen wollen, aber besser haben als brauchen, ne? Ähm, wer weiß, was wir mit dem noch machen können. So, einmal hier nochmal das Fleckchen Erde angucken und dann gucken wir uns noch um... Ah, das Barbarenschiff da oben. Das wird uns gleich nochmal zurücktreiben. Ähm, ja. Ansonsten, Regierungskarten. Jetzt ist die Frage. Äh, nehmen wir jetzt die Handwerkerkarte raus? Ich glaube schon, weil jetzt haben wir nur noch acht Runden, bis wir die Natur... Freaks, sag ich mal. Die Naturforscher bauen können. Ich glaube, wir nehmen die Handwerkerkarte mal raus. Wir gucken aber erstmal, was wir reinnehmen können. Die Frestenkarte finde ich schon ganz interessant, um einfach schneller die großen Künstler zu bekommen. Aber ich würde jetzt nochmal gerne gucken, welche grüne Karte wir jetzt hier vergessen haben. Alles andere ist okay. Militärkarten sehe ich im Moment nichts, was irgendwie sinnvoller ist, als das, was wir haben. Industriebezirk, Nachbarschaftsbonus und weiterhin die Möglichkeit, Stadtmauern günstiger zu bauen, ist sehr, sehr wichtig. Bei der Wirtschaftskarte, klar, ähm, sehe ich im Moment auch das Gold wichtig, den Glauben auf jeden Fall, weil wir letztendlich das brauchen. Und klar, Theaterbezirke wäre schon interessant für die Kultur, aber an sich haben wir einen sehr, sehr hohen Output und ist es nicht ganz so wichtig im Moment. Noch nicht. Kommt da noch später. Und hier, wir können die Einflusskarte rausnehmen. Tatsächlich könnten wir überlegen, ob uns die noch irgendwie wichtig ist, weil wir relativ viele Gesandte bekommen. Und sagen, wir nehmen eine andere Karte rein. Wir könnten hier Gold reinnehmen oder zum Beispiel das hier. Das gibt halt sechs von allem. Finde ich auch nicht schlecht. Anderswege zur Stadt starten, erhalten nochmal zwei Gold. Ein paar, was ist das, ne? Ja, pass auf, wir nehmen das mal rein. Wir nehmen mal die grüne Karte rein. Vielleicht ist das sogar die grüne Karte, die hier gemeint war. Und dann machen wir das mit den Künstlern und so weiter und bestätigen das Ganze mal. Gibt dann wieder ein bisschen mehr Gold. Und das können wir eigentlich ganz gut gebrauchen, ne? So, also hier haben wir 34 Runden Rebellion und hier haben wir 300 Runden Rebellion. Mal gucken, ob wir das Ganze vielleicht nochmal ein bisschen forcieren können weiter. Ich fände es ja schön, wenn Edessa tatsächlich in unsere Hände fällt, ne? Daran haben wir jetzt wirklich so lange rumgearbeitet, dass das funktioniert. Das wäre schon irgendwie cool, wenn wir das hinbekommen könnten. So, was wollen wir hier machen noch? Haben wir noch irgendwas Ausstehendes? Hier ist ganz, ganz viel dazugekommen, hier außen. Damit möchte ich mich jetzt mal beschäftigen. Auf der... Also hier können wir auf jeden Fall noch eine Miene platzieren. An der Stelle. Und hier nochmal ein Handwerker. Und da auf jeden Fall erstmal heilen. So, das sind alles flache Felder. Hier können wir übrigens auch ein Chateau platzieren. Das ist ein bisschen gefährlich. Aber hier könnten wir tatsächlich noch eine Nazca-Linie machen, weil es jetzt nochmal ein flaches Geländefeld. Vielleicht. Ja, aber im Moment gehen wir erstmal eine Runde weiter. Das ist wahnsinnig. Wir sind erst 164. Wir machen sehr, sehr viel pro Runde. Wir haben so viele Städte, dass wir immer sehr, sehr viele Sachen machen müssen, Einheiten bewegen müssen. Da habe ich Spiele gehabt, da passierte gefühlt gar nichts. Und hier haben wir in jeder Runde so viel zu tun. Wahnsinn. Also eine wahnsinnig coole Partie. Und auch wieder so anders zu denen, wie wir es bisher gekannt haben. So, einmal Zitrusfrüchte. An den Spanier. Gibt uns eine ganze Menge Geld. Wohnraum wird benötigt. Ja, damit müssen wir auch arbeiten. Hier würde ich jetzt tatsächlich sagen, machen wir jetzt auch die Stadtmauergeschichte durch. Überall da, wo sich das lohnt. So, hier ist erstmal nichts zu verbessern. Das sieht alles erstmal soweit okay aus. Hier können wir auf jeden Fall nochmal eine Nazca-Linie herstellen. Einfach, um nochmal ein bisschen mehr Glauben zu bekommen. Das gleiche können wir hier oben am Fluss. Da können wir natürlich ein Chateau entstellen. Aber ich glaube, das ist durch die Vulkanfelder einfach nicht besonders lukrativ, da was hinzustellen. Das schenken wir uns mal. Hier ist auch erstmal nichts weiter. Weitere Bauernhöfe wären hier möglich. Aber das können wir, glaube ich, alles mal so stehen lassen. Hier sehe ich jetzt im Moment auch erstmal nichts. Wir lassen den auch erstmal stehen. Die Chateaus, wie gesagt, erst im nächsten Zeitalter. Da sind wir, glaube ich, jetzt aber bald vor einer Runde noch. Dann können wir den auch mal ganz, ganz vorsichtig dahin bewegen. Auf unseren Platz. Du bist hier und sollst eigentlich auf jeden Fall mal dahin gehen. Das Segelwerk da finde ich sehr, sehr interessant. Du bleibst da stehen. Du bist neu und kannst eigentlich auch hier stehen bleiben. Wir haben ja noch einen, den wir gerade hier hochschicken. Und du hast auch zu tun. Guck mal, da kommen wir auf jeden Fall schon mal, du bist eine Ebene, ne? Ja, du machst auf jeden Fall ein Segelwerk dahin. Jetzt muss ich mal gucken. Wird auch bewirtschaftet, ne? Ja. Doch, das ist inzwischen auch schon eine sehr, sehr gute Stadt geworden. Samarubriwa braucht noch ein bisschen. Da haben wir ein bisschen mehr Probleme. 32 Runden. Ja, wir arbeiten dran. Also das funktioniert auf jeden Fall schon mal sehr, sehr gut. Und der Druck nimmt auf jeden Fall ganz schön zu. Das kann nur gut sein für uns. Wir lassen den mal stehen. Ja, das Schiff ist natürlich jetzt wieder zurückgekommen. Dann gehen wir einfach noch ein bisschen nach Norden hoch. So, also diese Stadt hier gehört also noch den Galliern. Und ich finde es gerade sehr, sehr schön. Wir können natürlich jetzt ein bisschen dafür sorgen, um die halt in Anführungszeichen ärgern. Nein, vergesst es. Wir wollen keinen Krieg erklären. Ähm, ich möchte aber wissen, wo der... Da ist der... Guck mal, da ist der Siedler hingegangen. Wir haben einen weiteren Siedler geklaut, Freunde. Ich weiß noch nicht, wo wir den einsetzen können, aber... Naja. Ähm... Wie sieht es denn mit Religion aus? Was wir machen können, was ja auch immer hilft, ist... 38 Runden übrigens. Seht ihr das? Also Liseu fällt auch an uns. Irgendwann. Früh oder später. Wir arbeiten dran. Wir gucken mal. Gleich ist der Zeitalter-Widmungs-Bundus durch. Ich bin mal gespannt. Und ja, es war auch noch die Ankündigung, ein paar Weltwunder zu bauen. Gemäßig der Flut abgeschwächt, okay. Ähm, und zwar... Wollten wir... Sollten wir eventuell nochmal Augenmerk... Auf die Theater, die wir machen, Bolshoi-Theater, Broadway, sowas in der Art, können wir auf jeden Fall nochmal angucken. Ähm, es sind auf jeden Fall Wunder, die nochmal ganz spannend sind. Eiffelturm natürlich, hatten wir schon gesagt. Und da gibt es noch einige, die ganz spannend sind. So, wir kriegen nochmal Zeitalter-Punkte. Ähm, das Wasser des Kiezmerk ist gestiegen. Ach genau, das hat sich geändert, okay. Schlussüberschwemmung verhindert. So, Widmung wählen, jetzt wird's spannend. Also, gucken wir doch mal. Ähm, was haben wir denn hier? Spanien und die USA haben auch ein goldenes Zeitalter. Das ist an sich gar nicht schlimm, weil die beiden sind für unsere Stadteinnahmen uninteressant. Aber was sehe ich denn hier? Die Geier, normales Zeitalter. Und was fast viel schöner ist, ist, dass vor allem Bersilius mit dem Byzantischen Reich ein dunkles Zeitalter hat, was uns auf jeden Fall nochmal boosten wird bezüglich Stadteinnahmen westlich gesehen. Und da sollte dann die eine oder andere Stadt von uns dann relativ schnell zu uns fallen. So, was machen wir hier? Also, wo kriegen, was wollen wir für eine Widmungsbonus haben? Higgs und Draconis, ähm, ja, Stadtbevölkerung für Städte auf einem anderen Kontinent. Wir werden nicht mehr vier Städte gründen, das lassen wir. Münzreform, eure Händler können nicht geplündert werden, internationale Handelswege bringen, drei Gold pro Spiels. Zahl bezüglich der Z-Shirt gibt uns auf jeden Fall eine ganze Menge mehr Geld. Ähm, 10% Produktion für Wunder des Industriezeitalterts oder spätere Wunder der Wissenschaft, Nachbarschaftsbonus des Campusbezirks gewährt auch Produktion. Herrschlag des Dampfes wäre für die Wundergeschichte schon sehr, sehr gut. Ich glaube, das werde ich, glaube ich, gerade bevorzugen. Und den will uns, Casus Berlin nehmen wir auch nicht. Wir nehmen den Handschlag des Dampfes. Ich denke, darauf können wir uns alle einigen. Wir wollen noch ein paar Wunder bauen und 10% Produktion ist für die späteren Wunder, die alle relativ teuer sind, schon eine ganze Menge Produktion, die wir einsparen. Das nehmen wir. So, gucken wir doch mal, wie hat sich das dadurch verändert? Also, hier, 31 Runden. Das dürfte sich dann nach dem Rundenwechsel nochmal ein bisschen anpassen. Das sieht dann natürlich dementsprechend schön aus für uns. Ähm, weniger schön für... unsere Nachbarn. Aber uns soll es recht sein. Und wir können dann gleich das erste Chateau bauen. Da freue ich mich schon ganz besonders drauf. Und hier können wir, glaube ich... Wir müssen mal gucken. Eigentlich müssten wir jetzt hier das Amphitheater bauen. Das dauert zwei Runden. Das machen wir mal schnell. Und dann schieben wir danach die Renaissance-Mauern hinterher. So, Paris. Ich würde fast sagen, wir machen hier mal ein archäologisches Museum. Ähm, um da mal diese Archäologie-Sachen wegzubekommen. Ähm, ausnahmsweise da mal ein archäologisches Museum. Und hier, äh, bauen wir nochmal ganz schnell jetzt die Renaissance-Mauern. Damit wir bei den ganzen Städten jetzt schon mal überall die Mauern drin haben. Und hier wird einmal nochmal gerodet gleich. Und nochmal eine Mine gesetzt. So, der rodet auch und setzt eine Mine. Und der ist... Die Jane Austen ist da noch richtig an der Stelle. Der kann auch da bleiben. Da ist... Ja, das lassen wir uns mal frei. Seeparks und sowas. Äh, ja, alles möglich. So, und hier ist, glaube ich... Ist das ein Hügel? Ne, ne? Das ist doch... Das ist ein Hügel. Das heißt, wir wollen hier einmal roden. Dann ist in Ambo auch das Ding fertig. Und wir können die Renaissance-Mauern hinterher bauen. Ja, du hast damit nichts zu tun. Das passt. Du bist wieder ausgeheilt. Ähm, Buffalo konvertiert sogar schon zu Frankreich. Und das in elf Runden. Also auch da scheinen wir gerade massiv Einfluss zu gewinnen. Ja, das ist super spannend gerade hier alles. Da bin ich echt mal gespannt. Ja, wir werden das einfach weiterziehen hier mit dem... Mit dem Erkunden. Ich möchte einfach noch ein bisschen was entdecken hier. Von den anderen Städten. Ähm, das so ein bisschen ausnutzen. Und man, hier oben sind echt... Warum sind denn hier so viele Barbaren-Schiffe? Das heißt, hier oben muss ja eigentlich noch irgendwo... Eine Insel sein, wenn die da oben irgendwo sind. Das, äh, impliziert das Ganze, ja. Mh, unserem Hostel lassen wir... Ne, den gucken wir. Wir gucken uns mal ein bisschen um. Vielleicht ist da noch irgendwo... Der eine oder andere, äh... Kampf, den wir da bestreiten können. So, da... Ja, da müssen wir mal gucken. Also das ist natürlich jetzt alles ein bisschen Mist hier. Aber letztendlich brauchen wir da nur... Wir brauchen hier eigentlich Grenzen, ne? Wir müssen eigentlich gucken, dass wir hier die ganzen Felder dazu bekommen. Ich möchte die aber ungern kaufen. Das ist halt sehr, sehr teuer. Aber vielleicht schwenken wir hier mal auf das... Ne, wir kaufen hier mal ein Monument tatsächlich. Damit wir hier schon mal ein bisschen mehr Gelder... Also ein bisschen mehr Sachen bekommen. Und ich würde fast sagen, wir kaufen uns hier auch den Kornspeicher. Um hier einfach ein bisschen mehr Wachstum zu haben in der Stadt. Ähm... Das hilft zumindest ein bisschen, ne? Das hilft die Stadt auf jeden Fall schon mal ein bisschen voranzubringen. Ich denke, das geht in Ordnung. Und... Also auf das machen wir jetzt. Wir begleiten mal... Den Siedler mit dem hier. Und dann schicken wir die mal zurück. Und gucken mal, ob wir die eventuell teben. Ist übrigens auch gerade am Rebellieren. Ob wir die heil nach Hause bekommen. Vielleicht können wir dann ja einfach noch irgendwo eine Stadt gründen. Wir hatten ja eventuell noch die Überlegung, hier eine zu gründen. Das ist so ein bisschen das einzige Feld, was auch noch Süßwasser hat. Ja, warum eigentlich nicht? Alternativ können wir den Standort da unten nehmen. Ähm... Hier unten an der Küste ist auch noch theoretisch was möglich. Aber ich glaube, ich würde erstmal den Standort da nehmen. Dass wir versuchen, den irgendwie da hinzubekommen. Vielleicht klappt es ja noch. Ähm... Ja, der Kultursieg ist auch schon in 59 Runden absehbar. Wir sind also schon... Äh... In Siegreichweite. Wahnsinn. Wahnsinn. Und so... Wir hätten jetzt nochmal Regierungskarten wechseln können. Aber ich glaube, das passt im Moment so, wie es ist. Ähm... Werkplätze gucken wir uns an. Im Moment brauchen wir eigentlich nichts. Wir können Kakao kaufen. Ja, machen wir. Wohnraum müsste geschaffen werden. Da müssen wir uns das angucken. So, in Rennen. In Rennen, äh... Ich würde gerne die Mittelalter nicht mauern. Wir wollen jetzt die Mauern einfach mal... ...hochziehen. Da müssen wir da durchziehen. Dann können wir nämlich diese Karte auch am Ende wieder rausnehmen. Auch hier wäre natürlich auch vielleicht ein Chateau ganz spannend gewesen. Aber ich nehme jetzt in dem Moment erstmal die Mine. Hier auch einmal roden. So, das ist in einer Runde fertig. Äh... Produktion? Oh nein. Nö, das ist alles gut, oder? Da so, die... Achso, erstmal die... Erstmal hier. Ist das auch ein Hügel? Das ist auch ein Hügel. Guck mal. So, wo ist jetzt hier... Wo ist jetzt hier die... Ist hier irgendwo eine Insel? Scheint ja nicht. So, wir geben denen mal... Eigentlich möchte ich hier nochmal ein bisschen was gucken. Da ist noch eine Stadt. Und da ist noch eine Stadt. Das ist auch interessant. In Tervana sind wir durch. Auch da könnten wir die mittelalterlichen Mauern bauen. Oder die Werkstatt. Aber ich glaube, wir machen das erstmal mit den mittelalterlichen Mauern. Boah, jetzt müssen wir hier irgendwie... Können wir vielleicht übers Wasser reisen? Das wäre vielleicht nochmal spannend, ne? Wir könnten den... Ja, schwierig. Das wäre aber eigentlich der kürzeste Weg, ne? Dann durch die USA. Weil hier runter wird schwer. Themen ist jetzt gerade am Krieg führen. Und vielleicht wäre das das Sinnvollste. Dass wir das in die Hände unseres Generals geben. Und den Siedler dann sicher rüber transportieren. So, ansonsten sieht es erstmal... Oh ja, Chateau bauen. Ich will das erste Chateau haben. Auf geht's. Das Chateau repräsentiert unsere Zivilisation und prägt die Landschaft unserer Reise. Jetzt fünf Zeitalterpunkte. Wahnsinn. Was ein Werk. Und die sieht auch... Ja gut, in der Wüste nicht ganz so eindrucksvoll aus. Aber trotzdem schon irgendwie schöne Bauwerke. Äh, ja cool. Ähm, haben wir jetzt auf jeden Fall schon mal unser erstes Chateau gebaut. So, und hier... Wollten wir, glaube ich, auch Roden und eine Mine setzen, ne? Genau. Guck mal, dann haben wir Montpellier die Arena fertig und können jetzt den Zoo bauen. Oh Gott. Äh, wir bauen aber, glaube ich, erstmal Stadtmauern. Das geht deutlich schneller. Ob wir noch ein goldenes Zeitalter bekommen, äh, weiß ich jetzt gar nicht. Ob das jetzt irgendwie gerade Fakt ist. Aber wir müssen sowieso mal gucken, wegen einigen, äh, Wundern, die wir noch bauen können. Ob wir da noch... So, und der Deathsler fällt anscheinend auch. In fünf Runden schon. Das geht jetzt richtig schnell. Ähm, während Lisieux wieder sich ein bisschen erholt. Aber da war das was von auszugehen. Weil wir, weil die, egal jetzt natürlich, ein normales Zeitalter haben. Und ich glaube hier mal... Oh, Eremitage ist zum Beispiel interessant. Eremitage ist sehr, sehr interessant. Für uns. Da gibt's noch ein paar, die sehr, sehr spannend sind. Ich würde jetzt aber erstmal das mit den Mauern durchziehen. Mh, da haben wir's anscheinend schon durchgezogen. Das heißt, hier sind wir fertig. Ähm. Tja, da würde ich auf jeden Fall eine Mine hinstellen. Regenwald müssen wir ja grundsätzlich stehen lassen. Hier ist ärgerlich, dass da auch so eine Altertumstätte ist. Wir brauchen unbedingt mehr archäologische Museen. Sollten wir uns auf die Fahne schreiben. Mh, hier brauchen wir auf jeden Fall mal ein bisschen Wohnraum. Kornspeicher wäre hier nicht schlecht, weil... Hier ist absolut Grenze. In Calais können wir auch, glaube ich, erstmal die Mauern setzen. Und in Boulogne ist der Leuchtturm fertig? Der Leuchtturm ist fertig? Nein. Der Hafen... Nein, wir haben auch Mauern gebaut hier. Guck mal. Ne, dann machen wir das weiter. Hüttelalterliche Mauern. Und in Tervana können wir auch Renaissance-Mauern bauen. Ich würde sagen, das machen wir auch. Und hier kommt die Wiene hin. Ähm. Ja, das sieht doch eigentlich okay aus. Krass, dass wir hier gefühlt kein Wachstum haben in der Stadt. Aber okay. Dafür können wir jetzt hier ein Zoo bauen. Ich weiß nicht. Ist ganz schön teuer. Vielleicht bauen wir ja erstmal die Mauern. Wobei der Zoo ist, glaube ich, das mit den Gesetzgeländefeldern. Eigentlich ist das das Wichtigste. Vielleicht können wir den auch kaufen. 1.440 Gold brauchen wir dafür. Mh, ja, das kriegen wir schneller zusammen. Dann lasst uns tatsächlich die Mauern bauen. Und den Zoo kaufen für die Annehmigkeiten. Das ist, glaube ich, in Ordnung. Wobei wir das Geld auch für die Archäologen brauchen, ne. Dann müssen wir auch mal gleich gucken, dass wir da irgendwie bis Geld übrig bleiben. Ähm. Können wir mal wieder was verkaufen? Wir haben lange nichts mehr verkauft. Auf den Grenzen will keiner haben. Wir haben eine ganze Menge Eisen. Will natürlich auch keiner mehr haben. Pferde auch nicht. Wir könnten diplomatische Gunst zum Micromanagement mäßig verkaufen. Ich weiß gar nicht. Ich glaube, wir können da einig noch das Geld aus der Tasche ziehen. Lass uns mal gucken. Wer hier noch mal richtig was gibt dafür. Mal Ambiorix zum Beispiel. Der haut richtig rein. Der will... Der gibt alles dafür. 24, 25, 26. Oh jo. Der haut richtig rein. Schon bei 30 Gold pro Runde. Ich glaube, das... Ich glaube, wir machen das bei Ambiorix. Ne, mit dem Ami. 39. 40. Das ist der Ami, der hier so reinhaut. Dann machen wir das beim Ami. Kauft er uns alles ab? 50. Okay, der gibt uns richtig Kohle dafür. Okay, 57 Gold für 166. Hat er auch weniger gegeben? Ne. Sollte nicht. 57 Gold für 166. Ja. Den Deal... Den Deal machen wir auf jeden Fall. Den machen wir auf jeden Fall. So, ist das jetzt hier fertig? Ja, guck mal. Die Fantasie einer Frau kennt keine Hindernisse. Aus Bewunderung macht sie Liebe und aus Liebe gleich Ehe. Sehr schön. Ähm... Will mal jemand wieder was verkaufen eigentlich bei unseren... großen Persönlichkeiten? Ja, da sind wir natürlich... Oh, guck mal. Wir kriegen Landschaftsbilder gleich. Ähm... Aber ich glaube, verkaufen will keiner was, ne? Ne. Da hat gar keiner Lust mehr. Auf jeden Fall, Schriftstücke können wir verkaufen, aber... Das brauchen wir ja gar nicht. So, da sind wir dann hier erstmal fertig. Jetzt ist die Frage... Ich glaube, wir bauen hier noch ein paar Chateaus, oder? Hier neben dem Wunder. Hier ist doch absolut nochmal ein Chateauplatz. Absolut. Ist auch nochmal hier zwischen den Dings und... Weil hier auch das Wunder ist. Ist natürlich auch ein super Platz dafür. An der Stelle. Ähm... Das haben wir, glaube ich, auch nochmal gut investiert. Und... Ja, hier sieht es erstmal soweit okay aus. Hier ist, glaube ich, im Moment auch niemand... Den wir hier bekehren können. Ja, dann haben wir jetzt auf jeden Fall mal ein paar dunkle Flecken nochmal aufgedeckt. Hier. Da ist auch noch Alessia. Also nochmal eine Stadt der... Der... Geil, ja. Wobei, dass sich das jetzt erstmal erledigt hat. Leider. So, und dann gucken wir mal, dass wir den Siedler hier... Ach, guck mal. Wir können sogar mit der Einheit wassern. Aber ich glaube, das ist nicht ganz so hilfreich. Und ich möchte wissen... Wo ist hier... Wo ist hier Land? Wo kommen die her mit ihren Schiffen? Oder sind die noch von... Von vorhin... Von wie vorhin übrig? Man weiß es nicht. Hm, ja. Okay, also den Zoo wollen wir gerne noch kaufen. Eure Städte sind so nah, eure Truppen sind so stark. Ihr macht mich nervös. Äh, ja, wir machen ja gar nichts. Und jemand erklärt uns... Teddy Roosevelt hat Ambiorix den Krieg mal wieder erklärt. Stehen wir jetzt selber im Krieg? Wir haben ja eine Allianz, eine Militärallianz mit Ambiorix. Ich könnte mir durchaus vorstellen, dass wir mitgehangen, mitgefangen, oder? Okay, das tut Gott sei Dank nicht so viel. Ich glaube, ja. Ich glaube, wir sind tatsächlich mit im... Mit im Krieg, wenn ich das richtig sehe. Wir können sogar Einheiten beschießen. Ah, ne, das sind die Barbaneinheiten. Okay, dann machen wir das. Die können wir gerne beschießen. Annehmlichkeit wird benötigt. Stadt benötigt Nahrung. Ja, okay. Halt, warte mal. Dann sollten wir hier vielleicht auch mal einen Kronenspeicher kaufen. Und da mal ein bisschen Geld investieren. Das ist sinnvoll. Kroll haben wir erzeugt. Beziehungsweise der Amerikaner gegen uns. Und es wurde ein Weltwunder gebaut. Der Kasser der Kontraktion wurde zu Ende gebaut. In Runde 169. Ähm, das... Merke ich mir dann gleich noch. Das werde ich am folgenden Ende nochmal aufschreiben. Ich habe den Zettel natürlich wieder nicht bei der Hand. Aber ist egal. Nicht so schlimm. So. Paris. Äh, Mauern sind alle gebaut. Äh, Bank wäre vielleicht nochmal ganz spannend. Wir machen übrigens gerade sehr viel Geld pro Runde. Wäre vielleicht gar nicht so wichtig. Wir könnten eher gucken, dass wir tatsächlich jetzt nochmal einen Weltwunder bauen. Ähm, die Eremitage. Kunstwerkplätze, ähm, 19 Runden ist nicht viel. Ähm, allerdings fehlt uns jetzt ein bisschen der Standort. Wo wir es bauen wollen. Also wir hätten natürlich Möglichkeiten, aber... Tja, wo machen wir es dann hin? Wir können natürlich irgendwas dafür opfern. Ähm, muss das an dem Fluss sein oder warum? Man muss an einem Fluss angrenzen, tatsächlich. Ähm, gibt nochmal drei Punkte des Typs große Künstler pro Runde und große Kunstwerkplätze. Alternativ die Hagia Sophie, die wir hier bauen können. Dann würde das allerdings hier ein bisschen gesprengt werden. Ich überlege gerade, ob wir uns das leisten können und da einfach was wegsetzen. Ist das denn schon ein Wunder des Industriezeitalters, die Eremitage, eigentlich? Wo gibt es die? Das Bolshoi-Theater finde ich natürlich noch, eigentlich noch spannender. Da würde ich eigentlich noch viel lieber hin. Eremitage ist, glaube ich, noch Renaissance, oder? Nee. Das ist schon Industriezeitalter, tatsächlich. Boah, dann ist es natürlich nicht verkehrt, ne? Ähm, kriegen wir die an der anderen... Wir haben halt viele Städte und theoretisch müssten wir mal gucken, dass wir andere Städte nochmal Wunder bauen. Die Frage wäre, was wäre die Alternative hier? Eine Bank zu bauen, wäre sicherlich eine Alternative. Ähm, sehe ich allerdings nicht so wichtig an. Weitere Bezirke habe ich jetzt hier auch nicht unbedingt geplant. Also von daher könnten wir das schon machen. Die Frage, welches ist das wohl unverfänglichste Feld, was wir dafür opfern können? Und ich glaube, das, was am unverfänglichsten ist, wäre wohl das hier hinten. Das wäre halt ein Wüstenfeld von der Bings. Wobei, nee, das hier eigentlich. Das gibt uns am wenigsten Erträge. Vielleicht sollten wir das einfach nur wegzaubern hier, komm. Wir machen das. Wir bauen die Eremitage. Ähm, wir gönnen uns das. Und, ähm, wir können ja noch ein bisschen was dafür tun. Ähm, grundsätzlich haben wir ja hier wahnsinnig viele gute Geländefelder. Ja, ähm, wir können ja sowieso mal den Punkt Zokus auf Produktion wählen. Ich denke, das ist sinnvoll. Da auf jeden Fall nochmal drauf. Da drauf. Dann haben wir noch mehr Produktion. Und schon haben wir nur noch 18 Runden. Ähm, Wachstum ist, glaube ich, eh im Moment egal. Also von daher passt das schon. Und da kommt ja auch nochmal ein Statut hin. Ja. Ist dann vielleicht sogar hier das bessere Feld. Zwei Nahrung, zwei Produktion, aber eben auch zwei Gold. Ja. Gut. So. Da sind wir durch. Ambois, äh, auch alles gebaut. Schrein. Jetzt könnten wir dafür ein bisschen mit dem Theaterplatz weitermachen. Äh, mit dem, mit dem, mit dem, mit der heiligen Städte weitermachen. Und, ja, das sehe ich eigentlich auch ein. Das können wir gerne machen. Den Schrein mal bauen. Hier, hier wählen wir nochmal den Austin. Sie brauchen nur ein wenig Geduld. Oder geben Sie ihr einen reizvolleren Namen. Nennen Sie sie Hoffnung. So, damit haben wir jetzt auch wieder alle Plätze gefüllt. Archäologisch muss ein Museum übrigens auch fertig. Wie viel kostet uns denn jetzt hier ein Archäologe? Der kostet auch eine ganze Menge Gold. 1600. Da müssen wir jetzt auch ein bisschen drauf hinsparen. Tatsächlich. Äh, das kriegen wir jetzt mal nicht eben geschenkt hier. Alles. Ja, da oben wäre natürlich ein schöner Chateauplatz, aber der Vulkan ist da auch gefährlich. Das lassen wir mal lieber. Ja, hier überall Ausgrabungen zu machen. Das sehe ich im Moment auch nicht. Also Archäologen wären tatsächlich recht wichtig. Mal gucken, ob wir hier nicht irgendwo noch einen, noch einen Missionar finden. Aber irgendwie ist hier keiner mehr. Alle ausgeflogen, alle weg. Keiner, keiner mehr da. So, Musikstücke können wir auch nicht ausstellen. Das können wir nicht ausstellen. Der ist fertig gewesen. Das funktioniert leider im Moment nicht. Hier oben ist glaube ich auch alles durch. Hier ist noch ein Feld, was wir auf jeden Fall noch bewirtschaften können. Und der hat eigentlich im Moment auch nichts zu tun. Da ist alles gemacht. Hier haben wir auch noch genug übrig. Wir könnten hier noch was hinstellen, aber ich glaube, das passt alles. Ja. Okay, und wir gucken mal. Hier noch irgendwas Spannendes entdecken. Hm. Kein. Keine Insel. Keine Insel. So, und hier haben wir doch jetzt glaube ich schon alles. Ja, guck mal. Dann haben wir doch jetzt alles hier aufgedeckt. Können wir mit dem Missionar auf jeden Fall auch zurück. So, noch vier Runden bis Edessa kippt. Das heißt, die Stadt wird uns dann wahrscheinlich auch irgendwann gehören. Und hier ziehen wir mal auf den General. Und dann haben wir es wieder geschafft für diese Folge. Also, wir sind tatsächlich ganze sechs Runden weitergekommen. Aber auch sechs Runden dem Ziel Kultursieg näher. Also ihr seht schon, wir machen hier schon einiges ordentlich gut. Und 300 Gold jetzt pro Runde, 200 Glauben pro Runde. Das heißt, wir sind jetzt auch noch drei Runden vorne im Naturschutz, um die ersten Nationalparks zu gründen. Wir sind in der Forschung auch jetzt, sag ich mal, auf dem besten Weg Richtung Luftfahrt. Da müssen wir jetzt natürlich erstmal ein bisschen arbeiten. Vielleicht auch nochmal die Möglichkeit, ein bisschen Wissenschaft reinzuziehen. Haben wir jetzt schon mal gemacht mit der einen Regierungskarte. Die ist, glaube ich, ganz gut. Einfach nochmal ein bisschen mehr Wissenschaft zu generieren. Vielleicht nochmal den einen oder anderen Campus zu bauen. Aber insgesamt läuft das schon ganz gut. Wir sehen uns in der nächsten Folge am Freitag. Ich freue mich drauf. Schön, dass ihr immer wieder dabei seid. Und ja, dann denke ich mal, so lange ist es nicht mehr, bis wir mit Eleanor von Aquitanien und der Frankreich-Edition den Kultursieg errungen haben. Ich würde mal sagen, vor Runde 200 ist auf jeden Fall ein stolzes Ziel, aber auf jeden Fall machbar. Ich bin sehr gespannt. Also, bis dahin. Ciao.